Das Kreuzprodukt zweier Vektoren a und b ergibt wieder einen Vektor. Ein Vektor, den wir in der Mathematik als den normalen Vektor bezeichnen. Die Berechnung dieses Vektors ist eine reine Übungssache. Gleiches gilt aber auch für die Bestimmung seiner Richtung. Wie du das mit ein bisschen Fingerakrobatik hinbekommst und wo eine Anwendung dieser Akrobatik in der Physik liegt, das zeige ich dir in diesem Quick Release. Für die Bestimmung der Richtung des normalen Vektors gibt es eine einfache Regel, die sogenannte Drei-Finger-Regel der rechten Hand. Dazu brauchst du nur ein wenig Vorstellungsvermögen und nun ja deine rechte Hand. Du streckst deinen Daumen in Richtung des roten Vektors a und deinen Zeigefinger in Richtung des gelben Vektors b. Senkrecht zu beiden, also quasi in Richtung deiner linken Schulter, musst du nun deinen Stinkefinger abspreizen und genau in diese Richtung zeigt der normalen Vektor. Probiere es bitte ruhig aus. Hier ein zweites Beispiel. Der rote Vektor a und damit dein Daumen zeigt jetzt ungefähr auf deine rechte Schulter zu. Der gelbe Vektor b und damit dein Zeigefinger auf deine linke. Den Stinkefinger wieder abgespreizt und der normale Vektor zeigt in diesem Beispiel nach unten. Beachte aber, dass die Reihenfolge der Vektoren eine wichtige Rolle spielt und eine Vertauschung von a und b zu einem anderen Vektor führt. Wenn du in diesem Beispiel das Kreuzprodukt aus dem roten Vektor a und dem gelben Vektor b bildest, also a kreuz b, dann erzeugst du den normalen Vektor, der hier nach oben zeigt. Vertauschst du jedoch die beiden Vektoren und bildest b kreuz a, legst den Daumen also in Richtung von Vektor b und den Zeigefinger in Richtung von Vektor a, dann zeigt der abgespreizte Stinkefinger hier so schräg nach unten. Du erzeugst also den Gegenvektor. Diese Eigenschaft des Kreuzproduktes hatten wir bereits im letzten Video und bezeichnet man als Antikommutativgesetz. Eine letzte Möglichkeit habe ich ebenfalls ganz kurz im letzten Video angesprochen. Sie besteht darin, mit dem Daumen auf die Richtung des normalen Vektors zu schließen. Dazu musst du die 4 Finger der rechten Hand zunächst in Richtung von Vektor a strecken. Und so wie der rote Vektor a dann auf den gelben Vektor b geklappt wird, so klappst du auch die 4 Finger deiner rechten Hand ein. Von der ausgestreckten Hand quasi in die Faust. Spreizt du nun noch den Daumen nach oben ab, so zeigt der Daumen in dieselbe Richtung wie unser normalen Vektor. Ein Beispiel aus dem realen Leben ist auch relativ schnell gefunden, vor allem für mich als Physiklehrer. Aber keine Panik, selbst wenn du aus unerklärlichen Gründen auf die wunderbare Welt der Physik in der Oberstufe verzichtet hast. Das folgende Leiterschaukelexperiment kennst du noch aus früheren Klassen. Dabei hängt eine Leiterschleife im homogenen Magnetfeld eines Hufeisenmagneten. Also ein Magnetfeld, welches vereinfacht an jedem Ort die gleiche Stärke besitzt. Fließt Strom durch diese Leiterschleife? Ja, das kennst du vielleicht noch, so wird die Leiterschleife im Magnetfeld durch eine Kraft abgelenkt. Ursache für die Ablenkung ist, dass auf jedes fließende Elektron im Magnetfeld die sogenannte Lorentzkraft wirkt, dessen Betrag sich mit dieser einfachen Formel hier oben bestimmen lässt. Dabei ist q die Ladungsmenge eines Elektrons, also diese Elementarladung, 1,602 mal 10 hoch minus 19 Coulomb, v die Geschwindigkeit der Elektronen im Draht und b die Flussdichte, also eine Größe, die die Stärke des Magnetfeldes beschreibt. In der Physik ist man ja nicht nur an dem Betrag, sondern auch an der Richtung dieser Kraft interessiert. Und für die rechte Hand geht das so. Der Daumen zeigt in Richtung der technischen Stromrichtung. Eine Tatsache, die der Historie geschuldet ist. Man wusste in den Anfängen der Physik einfach noch nicht, dass sich in den Metallen frei bewegliche Elektronen befinden, die entlang der Potentialdifferenz vom negativen Pol zum positiven Pol fließen können. Physiker bezeichnen diese Richtung als physikalische Stromrichtung, macht ja auch ein bisschen Sinn. Ursprünglich dachte man aber, dass Strom, was auch immer das damals war, vom positiven zum negativen Pol fließt. Obwohl man es heute zwar besser weiß, hat sich diese technische Stromrichtung aber gehalten, also der Daumen vom Plus zum Minuspol. Der Zeigefinger zeigt in Richtung des Magnetfeldes, welches per Definition vom Nord zum Südpol orientiert ist. Daumen nach rechts, Zeigefinger nach oben. Senkrecht zu beiden musst du dann nur noch den Mittelfinger abspreizen und schon hast du die Richtung der Lorentzkraft, in die jedes einzelne Elektron abgelenkt wird und in der Summe dann auch der ganze Draht. Es macht also durchaus Sinn, die Lorentzkraft hier als Vektor zu definieren. Und da die Lorentzkraft immer senkrecht zum Geschwindigkeits- und zum Vektor der Flussdichte steht, ist sie nichts anderes als das Kreuzprodukt aus diesen beiden Vektoren. Ja, skalar multipliziert mit der Ladungsmenge des Elektrons. In der Schule lernen wir das nicht in dieser Art und Weise. Da geben wir immer nur die Formel mit dem Betrag an, also eine Zeile oben drüber. Falls du dich später aber für ein technisches Studium entscheidest und die Physik dort eine Rolle spielen wird, wirst du die Lorentzkraft sicherlich mit diesem Kreuzprodukt wiedersehen. Diese tollen 3D-Animationen hier stammen übrigens nicht von mir selbst. Sie sind von CGPhysics, einem Kanal, den ich den Physikern unter euch ganz ganz dringend ans Herz lege und dem ich an dieser Stelle für die Bereitstellung der Videos herzlich danken möchte. Schaut doch einfach mal auf seinem Kanal vorbei. Dort findet ihr rund um die Physik, tolle Demonstrationsexperimente, weitere unglaublich gute 3D-Animationen und Hintergrundinformationen rund um die Physik. Den Link zu seinem Kanal und zu den Videos findest du unten in der Videobeschreibung. Einige von euch Physikern fragen sich jetzt aber bestimmt rechte Handregel, ich bestimme die Richtung der Lorentzkraft immer mit der linken Handregel und japp, genau das mache ich auch. Ich nutze in meinem Unterricht auch die linke Handregel. Schuld ist wieder die technische Stromrichtung. Es lässt sich doch aber auch viel leichter merken, dass die negativ geladenen Elektronen vom negativen Pol abgestoßen und vom positiven Pol angezogen werden. Und genau deswegen zeigt der Daumen der linken Hand bei der linken Handregel auch in Richtung der physikalischen Stromrichtung, vom negativen zum positiven Pol. Die Richtung des Magnetfeldes bleibt natürlich unverändert, Nord nach Süd, genauso wie die Richtung der Lorentzkraft mit dem abgespreizten Stinkefinger. Die Leiterschleife wird auch hier nach vorne ausgelenkt. Von Dänken Von Dänken Die Leiterschleife Von Dänken Untertitelung des ZDF, 2020